Heute zeige ich euch mal ein Modul für das Lockhart Wallet, das es leider nicht aus dem Entwicklungsprozess heraus geschafft hat. Und zwar das Stativmodul. Die Idee war, ein Modul zu entwickeln, mit dem es immer und überall möglich ist, aus dem Lockhart Wallet ein Handy-Stativ zu machen. Und so sahen die Prototypen aus. Zur Benutzung Modul herausziehen, Wallet in Halb-Halb herausziehen und in das Modul stecken. Und wie hält jetzt bitte das Handy hier ran? Dieses kann jetzt zwischen die Deckplatten geschoben werden und schon kann man direkt mit dem Filmen loslegen. Aber warum hat es jetzt dieses Modul nicht in die Produktion geschafft? Es gab mehrere Probleme, aber die Hauptgründe waren, dass man damit nur drei Winkel einstellen konnte. Das ganze Ding ist trotzdem noch etwas wackelig unterwegs und vor allem funktioniert der ganze Spaß unterschiedlich gut, je nachdem wie dick das Wallet ist. Ihr seht, wir gehen allen vielversprechenden Modulideen nach, allerdings schaffen es nur die besten tatsächlich auch in unseren Shop.